Das ist die Lunde, Möbelwels. Wir möbeln Osane und das werden wir auch in Zukunft tun. Wir freuen uns heute hier in Osane, die größte Ikea-Filiale in Skandinavien zu eröffnen. Wechser! Da, nimm das! Sie stecken das besser weg als die meisten anderen, Harald. Danke. Arschloch! 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 Arschloch. Übrigens fahre ich nach Schweden. Zu einer Möbelmesse? Um Ingvar Kampra zu kidnappen. Kidnappen. Cool. Na, viel Glück dabei. Danke. Oh. Hey. Hallo! Ja, und was willst du jetzt mit ihm machen? Ja, was wollen sie jetzt mit mir machen? Halt endlich den Mund, du hast dir nichts zu melden. Ich bin doch der Gekidnappte. Ja, er ist der Gekidnappte. Genau. Wenn er jetzt aufgebt, dann bekommt er nur die Mindeststrafe. Deinetwegen leide ich an chronischen Magenschmerzen und Herzbeschwerden. Du hast auf meine Möbel gekackt, auf meine Stehlampen gepinkelt und meine Existenz wie an Streichholz ausgepustet. Erzähl du mir nichts von Strafe! Ich hätte jetzt ein klein wenig Hunger. Köttbullar. So spannend war mein Leben schon lange nicht mehr. Schrott. Schrott. Und Schrott.